Ja, aber keine Chance. Wie geht's? In meiner Mille hätten sie ein Wasser gefunden, hat mir der Speck mal geschrieben, und das kommt mir gespassig für. Nein, mir gar nicht. Sog'moist? Nein, in deiner Milch verreckt noch lang kein Fischer. Und in der Teile der Larchen frisch. Ja, nix gesucht, da wär's da. Und du ehländiger Hoverfeldtreiber, du ganz ausgeschmiert. Der Kitzinger-Jackel hat mir schon erzählt, wie du den ausgeschmiert hast. Ihm! Ja, du ihm. Um 100 Mark Gurtig. Wie ihm? Ja, du ihm, du Heiliger, du ganz Gspatziger. Ah, 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 ah. Ich sag dir, ich bin mir ja schlau gemacht, aber das, sagt er, das ist noch der größere Spitzbub. Und schau, um kann ein Poller da rausschmieren, grad wie ein Schweiberl. Ihm? Ja, du ihm, aber wenn du da hast Zeit gehabt, dass du dem nicht unterkommst, an dir haut dich brav her. Er mich? Ja, er dich. Die 100 Mark hat er gesagt, die haut er dir vom Buckel runter. Drei sellene Strecke müssen dabei hinwähren. Wo bald zehn Minister rumstehen, das ist ihm ganz wurscht. Erlass dich umeinander, dass du am Leben verzagest. Ha, 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 ha! Er mich! Er dich. Du musst nicht alles gern, du musst nicht alles gern. Nach der Handelschaft schimpft jeder gern eine Garantie. Ich hab ihm ja durchaus gar keine Garantie gegeben. Der Kerl ist schon wieder bei seiner Kuh angelangt. Wie hast du das gemacht, dass die Kuh so ein großes Auto gehabt hat? Alles Natur? Nein, 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 wie hast du das gemacht? Ich weiß nicht, was du alleweil hast. Du Pleure, du am Seiliger, du. Ich sag dir noch mal was. Wo hat's denn dir in die Mühle reingekriegt? Da hast du recht. Das muss man auch nicht kriegen. Wir kriegen den Zinsstuhl Wasser rein. Lachen. Müsst du schon, wenn's dir mal erwischt. Ja, das kann ich. Sag mal, lass dich vermahnen. Unrecht gut gedeuert. Ja, das merkst du aber du auch. Du Wasser-Künstler, du ausgesandte. Du Kuh-Auter-Vergrößerer, du. Ich würde mich schämen, in so etwas zu prahlen. Mit Milchpanschen zu prahlen. Ich? Wir? Was war denn jetzt das? Wenn wir unseren Spaß haben, bekommen wir das gar nicht durch. Ich bin Beamter, merken Sie sich das. In meiner Gegenwart reden Sie infolgedessen nicht von strafbaren Handlungen. Strafmasse? Ja, wo ist er denn Strafmasse? Ja, das müsst ihr erst aufweisen. Was klärt du? Der, der Kitzinger-Jackel. Und ich glaube, dass da eine im Tünen Freundschaft vorhanden ist. Ja. Und der Jackel Frenzug. Ja, ja. Drum ist er so bezig. Was, du kannst mal bei dir. Ja, freilich. Jetzt will ich das oben. Ja, ja, ja. Dieses Tier hat ein schönes Ohr. Die Erhebung der Viehzugse. Jetzt haben wir es her, Hüßler. Schau. Ja. Ja. Magst du nicht ausschauen, wie weit wir schon sind? Ja. Der Zugfahrt wird ein Teufel. Ja. Ja. Dieses Tier. Dieses Tier. Da kenne ich mich jetzt gar nicht aus, wo wir sind. Ja. Da draußen steht Leibniz Kackes. Leibniz Kackes. Da sind wir dem verkehrten Zug hin. Da muss ich selber rausschauen. Ja, ich kenn's ja gleich am Gleis. Jetzt hab ich die noch gesehen, meinte. Meinte, jetzt hab ich die noch gesehen, gell. Jetzt wär's das nächste Mal überlegen, dass du sie noch nicht herhast. So was? Wenn man nicht hinschaut, dann warte. Oder bist das du mit? Ja, lass mich doch zufrieden mit dem Quatsch. Ja, ja. Das sag ich, wenn ich da ein... Ja, da... Das darf ich nicht mehr machen, oder? Dieses Tier hat ein schönes Ohr. Zur Hebung der Viehzugse. Jetzt bitte ich mir aber endlich mal Ruhe aus. Wir sind hier nicht im Wirtshaus. Wenn du der heutigen ist über Reu erlaubt. Solche nicht. Wenn wir da nicht warnen müssen, wenn ihr gleich Duxenmecke wollt. Dieses Tier...